Ja, es war jetzt gerade am Ende nicht mehr schwer, wer es war, aber... Ich finde aber schön, dass, ähm... Ich weiß nicht, wer war das? Seri oder so, dessen Leiche ich gefunden habe? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber ich... Die Person findet die Leiche von Kiki, ich finde die Leiche von der Person... Das war ich! Ja, schon in die Serie nicht. Eine doofe Frage, Nova. Boah, ich muss mal zugeben, gerade geht mir die Musik irgendwie ein bisschen auf den Sack. Guten Appetit! Nova, warum hast du nässige Tröte? Ja, habe ich auch nicht kapiert. Ich vergesse, dass mein Mikro feinfühliger ist. Alles in Ordnung, haben wir halt ein bisschen knusper, knusper, knäuschen, da passt auch zur Jahreszeit. Nova, überhaupt, ich habe auf ihn geschossen. Passt auch zur Jahreszeit, knusper, knusper, knäuschen. In dem Moment ist es kein Weihnachtsmärchen. Seri, ich wollte... Ne, äh... Ich weiß nicht, irgendjemand hat dich auch versehen angeschossen, das tut mir echt leid. Ich habe nicht... Das war, glaube ich, auch ich. Warum verwechseln alle Schwingen mit Seri? Da war jetzt... Das passiert schon, Alter. Ne, ist ja alles okay, aber... Ne, ist ja alles okay, aber... Ich habe halt... Das Einzige, was ich gemacht habe, war Vasen kaputt machen und auf einmal schießt irgendwer auf mich. Ich sehe Menschen. Ich habe nicht... Ich habe nicht... Ich sehe... Ich sehe... Oha? Sehe, Womis. Ich folge dir mal. Ich folge dir mal. Ich folge dir mal. Gut. Was machst du denn, Kiki? Ich folge dir. Dann, äh... Das klappt so. Das ist ungesagt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß! Ich habe mehr Leben und ich habe die Stärke... Ah ne, schon gut. Schon gut. Es stand gerade rum. Ja, weil ich irritiert war, weil ich nicht wusste, dass Rumi im TS ist. Nein. Es legt nicht. Oh mein Gott. Rumi ist auch am spektaten. Du solltest aber eine Waffe nehmen. Ja, keine Ahnung. Aber Noah... Warum, ich bin später. Ich weiß, dass du mich nicht fühltest. Nächstes Mal besser auch. Nova ist offenbar noch... Ei, 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 ei. Nova, ich bin sauer auf dich. Darüber, ob du es weißt. Das wäre jetzt eh nicht gewesen, wenn ich dich... Sorry. Nova, auf jeden Fall. Okay, es wurde meine Richtung geschossen. Was? Du hast geschossen. Auf wen hast du geschossen? Ich habe gar nicht geschossen. Ey, ey, ey. Ich habe Scrover in der Hand. Wen hat die Tür? Das war gerade in den AWP. Gar niemand. Ich habe aber nicht geschossen. Ich habe nicht mal eine Waffe... Hallo, ich habe nichts. Schau doch. Okay, okay, okay. Ich habe... Ich lasse dich in Ruhe. Ich nehme extra die Knuck. Schreen ist tot. Schreen ist tot. Schreen wurde mit einer AWP getötet. Kanis war Traitor. Okay. Kiki ist noch... Sari. Hat Kanis eine AWP gehabt? Hä, nein, nicht Sari. Scheiße. Nova, Nova. Okay, Sari. Tut mir leid. Okay. Wer hat die jetzt eigentlich getötet? Kanis, oder? So, hi. Ich habe Irken getötet. Alles klar. Nessi, das tut mir immer noch leid. Ja, ich habe nicht kapiert. Warum? Ich habe nichts gemacht. Nichts. Ich dachte, wir wollten ja schießen. Also, wie ich umgekommen bin, war auf seltsame Art und Weise episch. Warum? Ich bin einfach lange gegangen, da war Nova AFK und dann kommt der gerade wieder und dann holt er eine Waffe raus. Ich denke, warte, der muss Traitor sein, sonst könnte das nicht und dann bin ich schon tot. Ja, das war die Silence AWP. Ich weiß. Aber Nova, ich habe dich schießen sehen. Das war mir sehr sicher, aber ich kann nicht mehr was machen, weil ich dann tot war. Wie steuert man dieses Spiel? Ja, gar nicht. Gar nicht. Mit was? Mit was? Und Maus. Und Maus. Da hast du mal eine schlechte Angewohnheit, nicht kickisch zu können. Schwer als der. Was der? Lenkrad. Oh Mann ey. Sprachsteuerung. Geradeaus. Geradeaus. Schuss. Schuss. Tot. Spachsteuerung. Wir haben wieder die unsichtsten, denen ihr haben könnt. Warum? Ich bin geradeaus. Ich bin noch ein Spielunstiegiger. Ich bin noch ein Spielunstiegiger. Ich bin noch ein Spielunstiegiger. Obst. Ich habe eine Shotgun. Wieso stehst du da oben gar nicht? Das Geyser aktivieren. Bombe, eine Minute 25. Ich schaue. Ich schaue dir. Ich schaue dir. Hallo Wummi. Ich schaue das vertrauenswidrig aus. Okay. Ich schaue mich heute so gut. Dann musst du mich definitiv nicht töten. Dann musst du mich nicht töten. Dann musst du mich nicht töten und musst es allen sagen. Genau. Okay. Bist du da gerade jemanden verfolgen? Ja. Hallo. Kiki ist Detective. Hallo. Ja, ich habe gesagt, ihr habt den unfähigsten DT, den ihr haben könnt. Aber in der D von Kiki möchte ich nicht sein, denn sie ist der Trigger-Heft. Oh. Oh. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Ich war zwar hier, aber ich habe es nicht getan. Das ist schön gefasst. Weapon Switch funktioniert. Silenz AWP irgendwo. Wah! Ja, ich habe auch einen Skull gehört von oben. Au! Oh. Nova 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 ... ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich kann einfach irgendwie... Ich kann einfach nicht gehen, bis der Nebel aufhört. Bumi war innocent. Bumi war innocent. sind. Und ist tot. Hä? Der wurde getötet von... Unten ist ein Unidentified Body, wer auch immer gerade beim Wasserfall hochgelaufen ist. Okay, ich hab auf Karnas geschossen. Stem ist tot. Okay, die Ehre erst ganz liegt hier. Ich hebe sie jetzt auf. Pump Shotgun, Pump Shotgun. Irking wird angeschossen. Ich hab Falsche angekommen. Irking wird getötet. Sie haben mich getötet. Ja. Äh, das war Seri. Ja, ich weiß. Ich hab nur... Vicky, ich bin jetzt Pupen, ne? Ja, ich bin Täter. Ja, aber ich bin Pupen. Aber Vicky, ich vertraue dir. Hatte Seri ne Pump Shotgun? Äh, weiß ich nicht. Kannst mich nicht gleich heilen, ne? Ja doch, komm mal her, wo bist du denn? Vicky, ich bin hinter dir. Stem ist schon identifiziert. Pump Shotgun. Deswegen. Nessie? Ja. Okay, ja. Da ist ne Unidentified Body. Mir gefällt's nicht, wie du denn hinterherläufst, Nova. Ich geh woanders hin, wenn du das möchtest. Kiki, ganz ruhig. Ganz ruhig, okay? Ich glaub, was, da ich... Hä? Wie soll ich noch ein Kredits bekommen? Hä? Du hast grad einen Traitor konfirmt, oder? Hä? Nessie war ein Traitor. Wir sind eine Person näher. Irgendwer hat einen falschen Körper gelegt oder so. Sonst geht das doch nicht, oder? Ich bin überfordert. Ja, stimmt. Wir haben zehn Leute. Okay, gleiche. Ach ja, wir haben jetzt drei Traitor. Ach, echt? Was war das? Oh. Also zwei sind schon confirmed dead. Okay. Äh, wen haben wir denn dann alles noch? Äh, Nova, Shireen, ich und du. Ich bin zu planlos, das wisst ihr. Wieso ist Nessies Leiche weg? Ah ne, doch nicht. Die liegt noch da. Okay. Also Shireen ist grade hinten weg, Nova sitzt da, wie du siehst. Was? Ich tu doch nix! Ich haue Nova. Hä? Seri! Seri lebt! Seri lebt! Oh, Leute! Nein. Seriously? Seriously? Danke. Ich bin tief in euch weggelaufen. Was? Warum sagst du denn immer die ganze Zeit Seri lebt? What a world in a house? Aber Nova hat grade versucht Seri wiederzubeleben, oder nicht? Nein, ich hab versucht Seri wiederzubeleben. Hä? Nova steht mit dem D vor euch. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Da, da ist Kakariko. Da ist die andere Kakariko Maps. Kakariko, bitte. Nein, nein, nicht Kakariko. What a world? Ja. Oh. Ach, Wommi. Ah. Ich bin auch da. Ja, Wommi ist auch da. Seit wann das? Oh, jetzt hab ich Hunger. Ich bin der dümmste Mensch aller Zeiten. Ich hab mich grad am Brot geschnitten. An so nem Kantenbrot, ne? An der Kante von nem Schwarzbrot, ja. Nicht schlecht, ja schlecht. Ich hab mich vor allem im Pappkarton geschnitten. Okay, Pappkarton kann jeder. Brot ist schon die Königsklasse. Es war aber so einer mit dieser Wellpappe. Mit dieser Weißkappe. Also, wenn du's hinkriegst, dich am Wasser zu schneiden. Äh, das ist nicht schwer. Mit Wasser kann man Diamanten schneiden. Wenn du's hinkriegst, dich am Ball zu schneiden. Okay. Ah, mit Steuern. Ich hab'n Kollegen, der hat's geschafft, dich mit ner Bowlingkugel zu schneiden. Also, alles ist möglich. Das geht. Ja okay, das geht. Wenn die irgendwie am Finger festhält bleibt, so in dem Loch. Ah. Ist irgendeine wie die Funktion auf Shift? Wenn der Typ hat sich aber auch... Äh, ich glaube... Nö. Nö. Könnt' ich bitte durch? Du hast aber auch immer sich selbst irgendwie wehzutun. Ne, auf Schrift nicht. Auf Steuerung ist Crouchen. Ja, das stimmt. Crouchen. Uuuuuh. Seri ist tot. Wer ist Traitor? Ich. Seri lebt, Seri lebt. Seri lebt hier. Seri lebt. Hi, Shirin. Hi. Hoppala. Ich find's ja grad schön, da der Fast-Weapon-Switch endlich mal funktioniert. Hä? Mit welcher Taste geht der überhaupt? Äh, wenn, einfach über F1-Settings und dann Fast-Settings. Ey, was? Achso. Was? Ich glaube, Shirin wurde erschrocken. Shirin? Rot. Stem war's. Okay, Stem. Da ist Nova. Okay. Stem ist Traitor. Also wir haben noch zwei Traitor jetzt, ne? Hallo, ich bin Inno. Ich höre Schüsse. Von wo? Ich höre, ich höre Schüsse. Ich höre Schüsse. Was? C4? Wo? Wir bei den unkleiden Räumen. Oh fuck. Alles Stem. Traitor ist... Okay. Wer ist der zweite Traitor? Nova war Traitor. Zweiter Traitor. Wer ist der Traitor? Ach ja, stimmt. Wir haben ja drei. Denkt an, auf dieser Map gibts den Traitorraum, ne? Ja. Oh fuck. Ja. Da ist Kiki. Ich hab' ich... Ich hab' ich... Ach Gott schon. Du bist Dete, okay. Nerv. Achso, ich sollte vielleicht mal die Leichen entsorgen. Wär schlau, ne? Ja. Da drüben ist Blut. Warum sollen alle Leichen zu dir? Das ergibt keinen Sinn. Du bist nicht Dete. Hallo Rumi. Ich bin aber genauso gut wie ein Dete. Ich habe Angst. Hallo Kiki. Hi. Hi. Woah, what the fuck. Mir braucht ihr nicht zu, dann jemanden zu töten. Und wenn ich liebe, dann ist das Nova. Ja, ja, nee. Kanis ist ne Konfirma von der Leiche. Also, ich muss sagen... Ganz weg. Weit weg. Okay. Nessi, hi. Hi. Ich trau dich wieder an mich. Nein, ich vertraue niemandem. Ohhhh. 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 Da. Ökki? Ökki? Möchte kotzen meine Zeug. Hast du gerade auf Nessi geschossen? Nein. Die lag da schon. Warte, was? Nessi? Nicht meins. Ich meins. Ich meins. Ich meins. Ich habe nicht auf Nessi geschossen. Nessi, Seri, Kiki. Ökki ist doch alles gleich. Ist doch alles das gleiche. Der Köcki. Ja, ich frag dich, ob du auf den Dete geschossen hast. Nein, ich lag da schon. Ich hab grad irgendwie gedacht, du meinst die Leiche, die da lag. Weil ich lag da wirklich schon vorher. Irgendwer schießt. Ach ne, Quatsch, das ist die Leiche. Ach, da oben, oben. HPK, HPK ist oben auf dem Dach. Ach, fuck. Okay, HPK, er hat... Ach, fuck. Ja. Okay. Ja, ich schieße. Aber ich, äh, ich schieße ja doch erst durch. Was ist das denn? Ich schieße wie scheiße. Tja. Das war wohl nicht so gut, ne? Ja, ich hatte mich verkauft. Nutzen wir die AWP weiter hin? Ich wollte gar nicht die Silence Pistol haben. Ja, die AWP können wir jetzt nutzen hier. Okay. Ohne AWP jetzt, oder was? Ne, ne. Oeckin wusste nur nicht, dass wir die... Äh, Wummi wusste nicht, dass wir die benutzen können. Ach so, okay. Ja, gut. Da das früher eben ein Tabu war. Ja, früher haben wir die ja gesagt, dass wir die nicht benutzen. Ach, das kannst du machen eigentlich, glaube ich, wie du willst. Wummi, sag mal was. Ähm, ich hätte hier irgendwie einen Wummi. Hilfe, Hilfe. Ey. Okay. Okay, gut. Ich glaube, Wummi ist jetzt laut genug. Mit rechts geht Krober, kann man Leute schupfen, oder? Ja, okay, gut. Ja, kann man. Gut, Wummi ist jetzt laut genug. Sehr gut. Jetzt kann ich ihn auch verstehen, wenn er was sagt. Oh, da liegt Schinken auf der Seite. Du wirst es bereuen. Was, da liegt Schinken auf der Seite? Schinken! Schinken! Ich mag Schinken! Ich musste, glaube ich, auch mal lauter stellen. Ich war mir fast tot. Ich hab Wummi erschossen. Was, du holst dir einen Schinken? Das halte ich für eine Lüge. Ähm, ah ja, hier. Nova bewegt sich nicht, er ist Traitor. Boom! Ich esse! Kiki bewegt sich auch nicht. Kiki bewegt sich auch nicht. Sie ist auch Traitor. Boom! Günther bewegt sich nicht. Boah, ich hab in letzter Zeit... Boah, ich hab in letzter Zeit... Boah, ich hab in letzter Zeit echt zu viele äh... Wummi steht auch, er ist auch Traitor. Boom! Boom! Ich hab alle drei... Hier, so mit einem... Ich wollt grad versuchen zu quicksafen, also... zu töten, wenn er abkastet. Das ist scheiße. Ja. Das ist scheiße. Das stimmt. Voll um Gumbo. Wie schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Kiki war da hinten. Aber sie würde Abkala nicht töten. Ich seh einen... Dann war Wummi auch noch da. Ich hab Wummi getötet. Wummi war tot. Und Kiki ist tot. Und Stam ist tot. Da liegt noch was Totes. Aufm Traitor-Spot. Ich... Ich... nicht weiter. Achso, das ist eine unsichtbare Wand. Das ergibt Sinn. Birking? Was ist mit mir? Birking ist es. Jerry hat dich gerade so einen Abschuss freigegeben. Okay. Okay. Ich hatte gerade fast Jerry abgeschossen. Hä? Hä? Was ist denn jetzt los? Wieso lebe ich wieder? Wurdest du defibrilliert? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach wieder da. Dann wurdest du wohl defibrilliert. Aber ich bin innocent. Verführung wird gestiftet. Ökking. Äh. Hinter dir. Ich... Wenn ich jetzt verrate, was ich gesehen habe als Spectator, wäre das mies, oder? Ja, ich mach doch nix. Ja. Naja. Hinter dir. Ökking gewesen. Ich hatte Ökking hinter dir. Warum schießt du denn? Ja, hinter mir. Hinter mir wurde gerufen. Ja, da steht Ökking. Ach, da hinten. Das ist ja jetzt schon mies, ja? Aber ich kann euch sagen, Ökking ist es. Ah, fuck ich. Oh Gott. Machst du jetzt wohl auf? Nein! So, ich bräuchte noch einen Traitor, der mich wiederbelebt. Oh Gott. Na gut. Oh Gott. So, wie war ich? What? Oh Gott. Und wenn ein Traitori lag mit mir warst? Oh Gott! Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott. 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 Alleine gegen drei Traitor war dann auch ein bisschen heftig. Wieso hast du mich wiederbelebt? Weil du von einem anderen Traitor, während du AFK warst, umgebracht wurdest. Das tut mir leid. Das ist aber nett. Außerdem wusste ich nichts anderes mit dem Punkt anzufangen. Das hat aber sehr gut funktioniert oben. Ich glaube ich hab drei, vier Leute von oben getötet. Harp!